Hallo und herzlich Willkommen zur Meditation zur Wirbelsäulenaufrichtung und Ausdehnung in deine eigene Energie. Diese Meditation zeigt dir auf ganz einfache Art und Weise, wie es sich anfühlt, körperlich und geistig sich aufzurichten und sich in seine eigene Energie auszudehnen, das heißt zu fühlen, wie viel Raum du wirklich hast. Lass uns gleich beginnen. Setze dich bequem auf einen Stuhl oder auf den Boden in eine einfache Haltung mit aufgerichteten Rücken und vorzugsweise weg von der Wand. Schließe nun deine Augen und bring deine Aufmerksamkeit zu deiner Atmung. Du kannst jetzt eine Hand auf dein Herz legen und die andere Hand ruht sanft auf deinen Bauch in Höhe des Nabels. Spür, wie dein Atem durch deine Nasenlöcher in deine beiden Hände fließt, sich sanft dein Brustkorb und Bauch hebt und wieder senkt. Atme ein, sodass sich wieder die obere Hand am Herzen, die Hand an deinem Bauch sanft hebt und mit dem Ausatmen wieder sanft senkt. Mach dies noch ein bis zwei Atemzüge. Und lass den Atem kommen und gehen, wie er gerade mag. Deine Hände kannst du mit Handflächen nach oben sanft auf deinen Oberschenkel ablegen. Deine Aufmerksamkeit richtest du jetzt auf deine Wirbelsäule, indem du sie in deinem inneren Auge visualisierst. Visualisier die lange Struktur mit ihren Kurven und Wirbeln, so wie die Wirbelsäule in ihrer perfekten Form gut sichtbar ist. Betrachte deine Wirbelsäule als Beobachter und bewege nun deine Aufmerksamkeit sanft die Wirbelsäule auf und ab, indem du die Kurven der Wirbelsäule wahrnimmst. Während du deine Wirbelsäule von oben nach unten und von unten nach oben immer wieder betrachtest, beginnt sich ein silberner Faden in der Mitte der Wirbelsäule, also im Zentrum der Wirbelsäule, stärker und kräftiger zu werden. Dieser silberne Faden geht nun von deiner Basis der Wirbelsäule, vom Wurzelschakra bis hoch zu deinem Kopf, zu deinem Kronenchakra, das ist die Mitte deines Kopfes oben. Diesen silbernen Faden kannst du auch als Faden des Lebens sehen, der dich mit deinem höheren Selbst verbindet und dich in deinem physischen Körper erreicht. Und umso länger du ihn betrachtest, kannst du wahrnehmen, wie kraftvoller er wird und wie er all deine Körper miteinander verbindet. Visualisiere den Silberfaden nun von deinem Becken hoch zu deinem Kronenchakra, hoch zu deiner Zimmerdecke Richtung Himmel und der Silberfaden wächst nun immer weiter und kraftvoller Richtung Himmel, in den Himmel hinein. Nimm wahr, wie viel Kraft und wie viel Leuchten nun von deinem Silberfaden ausgeht. Und dieses Leuchten erfüllt nach und nach deinen ganzen Körper mit kraftvoller Energie. Der silberne Faden entfernt alle Blockaden in deiner Wirbelsäule. Du spürst, wie es immer freier in dir fließt. Und wie kraftvoll und energiegeladen du dich jetzt fühlst. Und dieses göttliche Leuchten breitet sich in dir immer mehr und mehr aus, wird kraftvoller und nimmt alle Hindernisse, alle Energiestaus, Energieblockaden aus all deinen Zellen, aus all deinen Systemen und füllt Lebenskraft nach. Es darf jetzt Heilung in dir geschehen. Heilung geschieht jetzt. Nimm nochmal ganz bewusst dieses Leuchten in dir wahr. Wenn du magst, leg gern jetzt eine oder zwei Hände auf dein Herz. Atme ganz bewusst nochmal Licht und Liebe in dein Herz. Spür dein inneres Leuchten mit jedem Ausatemzug. Wird dieses Leuchten von innen nach außen immer größer und größer. Atme ein, Licht und Liebe in dein Herz. Mit dem Ausatem, dehne dich aus. Mach dich größer. Spür, wie die Energie von dir in deine Aura fließt. In deinen gesamten Lichtkörper fließt. Und dehne dich weiter aus. Dich auszudehnen, gibt dir energetisch viel Raum. Wenn du dich ausdehnst, gibst du Energiefrequenzen in deinem System, wo altes, hinderliches, keinen Raum mehr hat. Und umso mehr du dich jetzt ausdehnst. Stell dir vor, du stehst auf dem Planeten Erde. Und dein Ausdehnen mit deiner Energie, mit deiner Liebe, nimmt jetzt auch den ganzen Planeten Erde mit ein. Und du dehnst dich ins Universum aus. Spür die Weide, fühl die Leichtigkeit. Dehne dich aus. Genieße diesen Moment. Fühle die Weide, die Größe und die Kraft in dir. Und bleibe nun in dieser Ausdehnung, in diesem Sein. Ein gutes Stück. Nimm dir Zeit. Und wenn du bereit bist, spür ganz bewusst, wie der Atem in dich hinein strömt und deinen Körper wieder verlässt. Mach dies ganz bewusst noch ein, zwei Mal. Öffne deine Augen. Und ich wünsche dir mit dieser neuen Energie einen wundervollen Tag. Wenn du gerne noch mehr meiner Meditationen oder auch meiner Tipps rund um die Energiearbeit hast, dann vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und ich freue mich, dich bald wieder hier begrüßen zu dürfen. Tschüss. Hab einen tollen Tag. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020